. Kannste? Nein, 20.000. Scheiße. Ich hab nur knapp, ich hab nicht mehr 7.000. Denn dann hätten wir uns, äh, Dia-Schwerte mit Rückstoß holen können. Ich hab eh ne Dia-Spitzhacke. Nice. Und ich hab auch noch ne verzauberte Hose für dich. Ne Waffe hab ich auch schon. Ich hab auch ne Waffe. Aber ich kann zwei Dia-Schwerte machen. Ich mach mal kurz zwei Dia-Schwerte, okay? Ja, ich hab bis jetzt nur ein Steinschwert. Komm her. Komm runter, komm runter. Wir haben ja auch Low-Ground im Waffe. Ja, ne, komm her. Ich weiß nicht, aber was ist, wenn einer kommt? Ich hab jetzt nen Schäfer und Rückstoßschwert. Ja, man glaub nicht. Ja, man glaub nicht. Hast du auch noch ein Rückstoßschwert? Ne, muss selber verzaubern. Aufs Unterste. Nein, echt? Einhaften Schärfer und Rückstoß. Doch. Geht nicht. Ich bin nur Level 5. Ja, weil du levelnst immer den Bau schnell, aber es ab. Geht's auch bei Kohle? Nein. Hauptsache du kriegst Level. Ah, doch auch bei Kohle. Ja. Ja. Hier ist keine Kohle mehr. Ähm, Diaz? Noch irgendwo. Ja, gibt's nicht mehr. Ich brate jetzt einfach. Jetzt kann ich braten, wenn ich Erfahrung bekomme. Ah, hier ist auch noch Kohle. Ich hab noch 6 Diaz. Nein. Ich hab 5 oder so. Mach mir jetzt noch Schuhe. Ja, Schuhe. Ah, hier sind noch Diaz. Gerade noch. 6. Gib mal die Spitzhacke dann, bitte. Kommt hier irgendwo ein Bobo rüber? Bobo, komm her! Hier ist auch noch ein Werkpunkt. Ich mach mal auch noch mal. Ähm. Ein Bobo kommt. Das heißt, würde ich dich nicht kennen, okay? Ja. Rackst mich erst mal easy weg und dann fällt dir so zufälligerweise auf, dass du mein teammate bist, ne? Was soll das hier da steckenst aus der Wippe? Was? Ich wipp jetzt ein bisschen. So. Ah, da kommt, da kommt der. Ah, da kommen Leute. Mann, da will man einfach kurz Spaß haben. Äh, ich geh um den Baum hoch. Da wohl, ist hier eine Wippe. Da unten. Ach so. Die kommen da gleich hoch. Ich hab überhaupt keinen Stein halt. Hast du Blöcke? Ja, ein paar. Ja, ich hab halt... Ja, ich hab halt... Ja, ich hab halt... Ja, ich hab halt... Da unten. Ein. Da. Und einmal TNT. Wenn wir das... Ah, ich dachte schon. Es sah voll aus wie nur ein Block. Ah, ich... Die bauen sich hoch, oder? Ja, ja, der steht da oben, der steht da oben. Bin ich hochgeklickt, hab ich direkt runter. Warte, ich könnte sprengen, wenn du ein Feuerzeug hast. Nö, nö. Ich bin doch nicht hoch. Ich hab beste Rüstung. Scheiß drauf, meine Tastatur hängt eh grad. Bist du... Bist du unten? Ja, ja. Ich hab ihn. Okay. Komm, komm ich runter, Junge. Ich helf dir nie wieder. Ist da noch einer? Ich will keinen. Pass mal kurz auf, dann guck ich, was der hatte. Fünf Dias. Warte, Eisenhammer, die du hast schon Schuhe. Ich hab nen Kettenhelm für dich, aber der ist auch schlechter als das, was du hast. Ich hab Heiltränke, das ist eigentlich ganz nice. Ah, der hatte nur Eisenschwert. Richtiger Nose-Skiller. Da kommt jemand. Da kommt die Ente. Was? Will ich ja nicht irgendwie für verrückt erklären oder so, aber ne Ente. Ja. Ich kenn da einen guten Psychiater. Äh... Ende, komm her. Ich kann die mit Heiltränken abwerfen. Voll geil, oder? Oh, shit, pass auf, da ist ein Loch neben dir. Ja, super. Ja, ich dachte, da wär nirgends. Mob mich nicht. Lappen. Nein, ich will da was hinbauen. Jetzt... Da! Brich Profi-Team. Durchgang am Streifen. Geh nicht zu weit vor. Du hast keinen Bock, allein gegen dich zu kämpfen. Die haben 100 pro Angeln oder so. Ah, pass auf, da ist Creeper. Pass auf. Wenn du jetzt gestorben wärst. Ja. Du bist... Du bist richtig Risk-Taker. Jetzt komm, du Dias. Hier war ich, hier ist irgendeiner. Da hast du... Oh, ich dachte... Ach... Schreck mich doch noch mehr. Ging's hier nicht irgendein... Ah, da ging's drunter. Ja, hab noch... Hab ich sechs Dias. Ein Dias noch. Er ist noch... Hier, hier, hier. Hier ist noch eine Idee. Dann kann ich mir dann dir Hose machen. Hm, will haben. Wo? Da. Kann ich dann deine Hose haben? Naja, natürlich. Oder... Ich weiß ja nicht. Aber bitte... Ich glaub ich werf die lieber runter. Bitte, noch nicht angeschissen, ne? Quaaase. Da bist du. Ja. Oha! Da ist aber viel Zeug. Ich hab dir da was hingeworfen. Brauch ich nicht, brauch ich nicht, brauch ich nicht, brauch ich nicht. Hä, wo bist du? Drüben. Oh! Ja, andere Insel. Ach, du bist schon die Werkbänke drüber. Hast du ne Hose? Äh, ne. Ja. Also ich hab nur ne Gold. So viel zu... So viel zu... Brauch ich schnett. Ja. Schuhe hab ich. Ja. Das haben wir alle ein bisschen gemerkt, dass ich doch kein... Warte, warte, ich hab hier auch noch was. Ja. So ein Heiltrank. Das kriegst du auch noch. Und das hier. Sind hier irgendwo Spinnenweben, dann können wir uns angeln machen. Trinkpänger. Könnten wir eigentlich rein theoretisch unsere Schwerter kombinieren? Ja. Das ist ja auch ganz okay. Scherfe 2, Rückschluss 2. Ja, wär schon ganz okay. Ist nur blöd, wenn der eine dann am besten durch irgendwas direkt runterfällt. Eben, ne? Aber da ist ein Spiel, da ist ein Spinnenweben. Was ist noch denn ein Faden, den ich dir gegeben habe? Uiuiuiui! Was? Den hab ich grad runtergeschmissen. Kein Kommentar. Hast du's gesehen? Was? Der Spinnenweben. Der runtergeflungen ist. Nein, hab ich nicht. Äh, vollständig. Weil ich kann ja sonst... Weil ich hab... Ja, fast immer noch Stücke. Oh, hier sind noch grad viele Dias. Ist da grad irgendwas im Baum? Schau mal, hier sind noch ganz viele Dias. Und ein Bommel... Achso, ich hab einen Gespenzack. Komm noch mal mit. Ich bin so blöd. Weißt, ich warte immer bis du irgendwie... Nice. Plus 52 Coins. Können wir einen Helm machen? Fenster wieder offen. Ähm, wie viel... Mach dir... Mach dir... Mach dir keinen Helm. Mach dir keinen Helm. Ich hab auch noch zwei, dann kannst du dir was besseres machen. Vielleicht... Ja, dann kann ich dir Hanisch, Hanisch, Hanisch. Ja, nice. Ich glaub, dann hast du eh nicht viele Rüstungspunkte wie ich. Und vor allem, ich kann meins noch verzaubern. Dein Hanisch. Stimmt, hast du den Zaubertisch mitgenommen? Ja. Ja, nice. Jetzt hab ich neun Rüstungspunkte. Ja, ich habe achtenhalb. Diamant. Oder dafür hab ich halt verzauberte Sachen. Schutz. Ja, ich auch. Ja, aber nicht voll verzaubert, oder? Doch. Echt? Ja, nice Hex. Danke. Von Google willst du auch haben? Ja, schon. Schick mal, schick mal. Okay. Nice. Ist ein Goldhemdschutz 1. Wow, geil. Ich neun Kompass mal mit. So, unsere Gegner sind eigentlich direkt neben uns. Ja, links oder rechts? Äh... Der zeigt genau auf dich. Was? Wird nun nicht mehr vom Tracker erfasst. Also unsere Gegner sind doch links. Also da, wo du was hinklupscht. Ähm... Super. Ich hab halt keine Blöcke. Das is a really big problem. Warte. Ich hab halt wenige Blöcke. Ja, ich hab die Blöcke hier. Hast du noch mal einen Stein? Ja, die Blöcke hier. Hier. Ich hätte jetzt mal nur so einen Block. Ah, ne. Gut. Gleich ins Holz. Das ist ein Effekt. Ne, ich glaub ich nehm die hellgrüne Wolle. Davon hattest du ja so viel. Ist Ton, aber scheiß drauf. Echt? Es sah voll aus wie Wolle. Oh, ein blaues Feuer. Mach das Feuer aus? Blau. Was hast du für ein Texture Pack drin? Ich mein, du bist aus weg. Ähm. Mach die Erde weg. Hä, Erde? Das ist gut. Ja, das sah voll aus wie Erde. Geht so auf. Ich hab aber Hunger. Ich seh's. Ich seh's. Ich seh's. Ich seh zwei. Wow. Ja, zwei Inseln weiter. Oh, entspann dich. Betten sind full Dia. Werden wir uns easy wegwrappen mit so Rückstoß von 50 Bögen. Äh, warte, warte, da ist da. War noch ein Dia. Hier ist ja immer noch ein Dia hinten. Hä? Ich könnte schon, hier war noch ein Dia. Ja. Das ist mir so richtig scheiße hier an der Seite. Was brauch ich? Ich brauch noch Dia Helm und Hanisch. Hanisch wär ganz geil. Hanisch? Ja, Hanisch. Geil. Ich hol mir noch ein bisschen Erfahrung. Oder hab ich eigentlich irgendwas davon Schutz? Nein, ne. Ich wollte ein Wasser einmal verzaubern. Hast du noch, hast du noch irgendwie ein, äh, ähm, eisenhanisch mit Schutz vielleicht? Nee. Leider nicht. Nee, Duft. Überhaupt nicht. Duft. Aber die ist Lava einmal. Damit kann man auch noch was anfangen. Ähm, dich umbringen zum Beispiel. Ähm. Ja, ich hab nen Feuerresistenztrank. Lappen. Nein. Oberskiller. Hopp. Geh mal. Ja, jetzt schön. Geh mal die anderen suchen. Was glaubst du, hab ich vor? Aber ich hab keinen Bock so No-Equip da rein zu rennen. Just jump. Okay, spring. Schade, ich kann mich nicht schlagen. Das... Bau du Lappen. Ey, das würde man halt alles grad schaffen im Sprung, aber gut. Safety first. Mein Dia. Hast du vergessen? Nein, geh doch weg. Jetzt geh doch weg. Jetzt geh doch weg. Nein. Ja. Alles klar, sozusagen. Dafür sind ganze Dia's in der Höhle meine. Ich hatte vergessen. Ja. 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 Geh mal her. Nö. Doch, die gibt's jetzt her. Hopp. Wie viele hast du? Zwei. Ich will nur hermachen. Oh nein, ich spar lieber. Ja, bitte. Jetzt. Hopp, hopp. Bange. Bitte, das sind zu wenig. Hier hinten ist mich auch noch einer. Geh weg. Jetzt geh weg. Ich baue unten den Boden ab. Stirbst du denn? Nein. Ich glaube, ich habe ihn sogar bekommen. Nein. Hey, du hast, da fehlen noch zwei. Jetzt gib die Zeit wieder sehr. Bitte. Das ist einer. Nein, jetzt sind zwei. Gut. Ja, man sieht das. Ich habe ja, ich habe ja, ähm, Dingensis Mod drin. Physic Items, Dings da. Ah, hab ich Spiel gewonnen. Nice. Aufnahme. Oh, verpenschen. Geil. Im Ernst? Nein, ich habe mit drin. Ach, nicht gefallen. Weil bei mir kommt jetzt, seit ich das GeForce-Ding aktualisiert habe, kommt jetzt immer so ein Auf-Plop-Dienst da. Plop ist an einer Seite so auf, deswegen, ich stand da ein bisschen nervig. Aber das war doch eine wunderbare Runde und mal gucken, ob jetzt noch eine zweite dazu kommt. Auf zu lachen, das bringt mich voll aus dem Kontext. Wir haben gar nichts gemacht. Hä, doch, wir haben. Haben wir irgendjemanden getötet? Ja, doch, ich habe einen Kelm gehabt. Ah, ja, stimmt. Ich habe zwei. Ich habe zwei oder drei. Und, ja, mal gucken, ob da noch eine Runde dazu kommt. Wenn nicht, dann easy will natürlich. Alles Snacks. Alles Snacks.